Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Dragon Ball Xenoverse. Rennen wir mit Trunks. Hey! Auf zur nächsten kleinen Saga. Ja, 762. Ja. Ja, ja, ja. Ich kann es nicht mehr so halten. Wer bist du? Nein, ich muss nicht wissen. Du denkst wirklich, dass du gewinnen kannst? Verdammt! Es ist zu schnell! Frieza! Er ist so stark, er ist der Emperor des Universums! Bitte, sich selbst bemerkt! Das ist Frieza! Oh mein Gott! Gibt viel stärkere! Es ist die erste Mal, dass ich so eine Fülle gemacht habe. Wie kann man das? Wie kann man das? Ich werde dich langsam schlafen. Was? Du bist immer noch da? Auf eine blöde Ange! Gut, ich werde euch alle töten! Kaiser Frieza! Das ist die erste Form von dem... Das wird nicht allzu schwer, hoffentlich! Komm her! Ich liebe das, wie viel Schaden sie einfach machen! Oh, das ist doch dumm! Und fliegt er denn runter bei der normalen Attacke? Du bist immer noch da! Und du bist immer noch der Super Saiyan, den du so sehr gefährst! Oh 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 oh! Ich habe mich fragst, was du sagen würdest... Du verstehst wirklich, wie meine Beine! Du bist wirklich meine Beine anbieter! Und das ist wirklich, wie meine Beine anbietern! Und ich bin jetzt einer Saiyan! Und noch ein anderer lebenden, verhender Monter? Doch, das ist immer noch so stark! Warum nicht alle zeigen, dass du eure real Form jetzt gerade? Rafforfen? Gut, dass ich geblockt habe. Wie geht das gar auch? Feiger. Ich hätte nicht wegzellepotieren sollen. Das war ein großer Fehler. Ich will mich nicht teleportieren. Ich hatte das Gefühl, dass das noch ziemlich heftig werden kann. Nix. Da muss ich einmal teleportieren. Hier ist ein kleiner Reward, um mich zu schmerzen. Moment, danach kam noch eine Form? Da war doch so eine dicke Form. Hä? Irgendwas haben die übersprungen. Daher, warum macht der so viel Schaden? Echt nicht normal. Wieso kann ich den nicht wegkloppen? Das ist so nervig. Ja, ja, ja. Jetzt aber. Komm, schau. Also, ich kann ja nicht wirklich wegkloppen. Ich bin vollständig. Ich bin vollständig. Vielleicht falsch gezeichnet. Keine Ahnung. Easy peasy. Das machen wir nochmal. Ich versuche jetzt mal eine Kombo bei denen zu landen. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich bin wirklich ein Dinosaurier. Das ist kacke. Das kann man nicht die ganze Zeit verballen. Ich bin vollständig. Ich werde mich wirklich viel zu gewinnen. Ich werde mich wissen, dass die Effekte kommen. Und ich bin nahe und nahe bis zu einem Super Saiyan. Du weißt so sehr. Ich habe keine vernünftige Combo-Winglinge in. Warum ist keine Combo-Winglinge in möglich? BOOM! Vegeta lebt ja noch! Bleib doch am stehen! Ja, einer muss ja drauf gehen. Hallo, ich will wegteleportieren! Miss Freezer! Wow! Gut! Nächste Form! Und noch einer weg! Die Welt ist komplett verändert! Und jetzt... ...Goku wird zurück und sterben! Hahahaha! 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 So kriege ich keine Comboe! Boah! Wahnsinn! Schreibe während du noch kannst, Freezer! Denn ich werde so sagen, dass du dir ganze Leben verweist hast! Hahahaha! Nächste Form! Hahahaha! 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 Machen Würfe so krass für Schaden! Hahahaha! Ich hab einen Gellick-Shot ja noch. Wo hab ich denn Gellick-Shot? Ach, ja. Fick. Ja, 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 Freezer. Ha, geschafft. Da sind wir gerade direkt hingegangen. Wow, voll gegen mich. Oh ja, dreh dich um. Komm her. Fuck, Piccolo geht einfach drauf. Oh, wunderbar. Oh, geblockt, Gott sei Dank. Klar. Ja, Freezer ist schwer. Freezer ist richtig schwer. Wenn Piccolo dies, Ja, fällt der runter. Wieso kann ich meine verfluchte Kombo nicht weitermachen? Fuck is this indeed. Alter, wow. Natürlich. Ja, natürlich. Boah, was ein Cheater, ey. Freezer cheatet, eindeutig. Das ist ja richtig schwer. Vor allen Dingen, man kann keine Kombo gegen den Starten. Man kann nicht so draufdreschen wie auf die anderen. Entweder teleportiert er sich weg, oder der fällt irgendwie ganz komisch zu Boden und ich kann nicht nachsetzen. Der blockt jeden Mist? Das ist echt schwer. Hab ich mir leichter vorgestellt. Ist aber nicht schlimm, den kriegen wir schon gebacken. Wir machen mal ein bisschen mehr Schotts, wenn ich voll abkomme. So. Das trifft doch niemand, ey. Ich dachte, was du sagst. Ich hab den eigentlich nicht weggekloppt. Kloppen. Wir haben den gleich soweit. Hä? Hat der nicht mehr langsam genug? Nee, doch. Wow. So, finale Form. Kombo-Liste. Okay. Für die Sametl, getrillt. Trifft natürlich wieder gar nicht. Goku wird wieder zurück in Zeit. Hahaha. Ich zeige dir etwas groß. Hast du... Hast du einen Plan, wie zu gewinnen? So. Oh, wow. Du bist wirklich vertraut, Vigisa. Komm schon, ey. Wir müssen durchhalten. Wow. Nein, aber ich bin der Super Saiyan, den ihr ihr entire Leben schreitst. Nein, nicht reingehen. Du machst die peorsten Jungs. Hahaha. Wenn ich ein bisschen meine Füße benutze, dann kannst du evapen. Komm schon. Ah. Super Saiyans sind nichts, aber eine stupide Legende. Oh, wir werden einen sehen. Glaubt das. Der blockt das. Ach, tschüss. Ja, klar. Ich teleportiere mich weg und er trifft trotzdem. Mach doch eine Attacke. Gut. Wow. Das bringt einfach nichts, ey. Weg von Vegeta. Wahnsinn. Das ist der absolute verkranke Wahnsinn, ey. Gebrauch. Gebrauch. Gebrauch.